Eine gut gepflegte Einzimmer-Erdgeschoss-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Nürnberg. Die Wohnung wurde 1994 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über ein Badezimmer sowie eine Einbauküche. Die Erdgeschoss-Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 30 m². Die Gesamtmiete dieser Erdgeschoss-Wohnung beläuft sich auf 450 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Hände für die Seele